Woche 4 bei The Biggest Loser wird rasant. Los! Los, Martin! Das Rennen am Strand wird von einem Zwischenfall überschattet. Ich war in dem Moment geschockt. Scheiße. Die Ärztin soll herkommen. Ich hab echt Tränen in den Augen gehabt, weil man macht sich Sorgen. Eine Überraschung wartet. Woah, 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 woah! Auf dem Camp-Catwalk werden ganz neue Model-Talente entdeckt. Das war halt auch mal cool, so wieder die Teams irgendwie zusammenzupacken. Doch die Ernüchterung kommt schnell. In dem härtesten Camp aller Zeiten gibt es auch immer wieder überraschende Wendungen. Was ist da los? Wir gehen direkt auf die Waage. Alter Schwede! Was? Wirklich? Eine unangekündigte Waage zeigt, wer stetig am Ball bleibt. Wer hat alle Tipps des Trainerteams umgesetzt? Und wer nicht? Wirklich? Wirklich? Keine Ahnung. Du bist ja zugenommen. Was? Wirklich? Wirklich? Wirklich?